ich mag zitronen ok jetzt hast du es hier gespoilert so meine damen und herren können wir jetzt anfangen heute gibt es so wie im titel steht eine zitrone es ist so einfach wie es ist hier auf dem etikett darf ich den laden überhaupt zeigen ist scheißegal edeka zitrone steht drauf schale verzerrbar und dann machen wir das auch nicht dass das video voll verzerrt ist ach so warum mache ich das eigentlich leute ich saß zu hause dachte mir jetzt eine zitrone jetzt bin ich hier die sieht richtig gut darunter aus ja aber ich denke mal wir wollen hier also nur sehen wie du deine fresse verziehst und nicht wie du die schale isst ja ich dachte die schale wäre auch nein nein aber leute wenn da drin steht die schale könnt ihr essen macht das mal ist jetzt nicht weiter wild weil die lässt sich super schälen also die hat sich richtig gut in schale geworfen dafür sind wir doch eigentlich hier kleinen snack mit frucht geschmeckt ihr könnt diese ganzen videos alter der ist die schärfste chili der welt der ist tabasco das ist 50 mal schärfer als die schärfste chili der welt der ist ein auto das wiegt eine tonne mehr als die schärfste chili der welt ich weiß es ist alles krass aber ich will mich auch nicht umbringen ich will einfach nur eine zitrone essen denn jeder weiß sauer macht wütend deswegen muss man die schale essen weil die so teuer war und so wenig zidrone da drin ist ist sie die ganze beiß einfach so richtig rein wenn du was davon haben willst kannst du auch abbeißen aber wirst du vorallem aber ich will doch nicht das video versauen das ist ja gut aus wenn ich schon angbloß na deine stimme ist ja jetzt schon drauf NEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUGH du hast gerade 5 Abos solange regnet ein wenig Allianz Nuujanz oder ja nicht also mit Zucker könnte es schmecken also ich habe schon saugere sachen gesehen ich zum beispiel ich habe das fällige ich habe das völlig überschätzt ich habe mir dann auch spannen davor wo ist der saubereich und verzungen hinten obwohl ich glaube das ist eigentlich gar ich glaube das ist eigentlich gar nicht sondern ich habe mir das auch spannender vorgestellt dies war wahrscheinlich doch die scharste die der welt wird ja sonst nicht naja tut mir leid dass ich euch enttäuscht habe aber mehr ist da nicht zu holen ich habe auch mehr erwartet wir sehen uns einfach am berg ist wieder übrigens nächste woche um diese zeit hat mir jemand post zugeschickt die öffnen war dann ich weiß jetzt auch noch nicht fernkost hatte ich ja schon öfter mal bekommen von den lieben netten herren hier draußen aber diesmal auch tatsächlich in einem paket so das war's denn ich bedanke mich für das einstellen fürs zuschauen